Ja, wo nach? Ich denke, ich schreue. Ja, ich hab's lieber vor mir nicht. Ich hab's so gut nicht dran. Ich hab's mir noch ein bisschen gesehen. Okay, wenn du ehrlich bist, dann kannst du sogar so ein kurzes Karten da rein. Und dann kannst du noch ein bisschen Eiscreme. Ben. Mhm. Mhm.